Servus, heute mal ein ganz schnelles Video zu dem Thema, wie ihr es schafft, RAW-Bilder unterwegs von eurer Sony Alpha Kamera auf euer Smartphone zu übertragen. Denn bislang war es mit der Sony Imaging Edge App immer nur möglich, JPEG-Bilder zu übertragen. Wenn ihr also auf die RAW-Bearbeitung nicht verzichten wollt unterwegs, dann müsst ihr euch diesen kleinen Helfer kaufen. Wie der funktioniert und was der kann, das erkläre ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Ja, viele von euch kennen sicherlich das Problem, ihr seid unterwegs mit eurer Sony Alpha Kamera, habt ein paar Fotos geschossen, wollt ihr euch jetzt auf das Smartphone übertragen, damit ihr sie in Adobe Lightroom Mobile noch ein wenig bearbeiten könnt. Geht also in das entsprechende Menü der Kamera, sagt an das Smartphone senden, sagt, okay, ihr wollt das hier auf diesem Gerät aussuchen, und mehrere Bilder und schickt euch diese auf das Handy. Die Bilder wurden übertragen. Geht jetzt in Adobe Lightroom Mobile rein, fügt die Bilder hinzu und seht aber auch schon, es sind leider nur JPEGs, die hinzugefügt wurden. Das kann man auch irgendwie nicht anders einstellen. In der Imaging Edge App steht hier Original und Original ist bei mir nun mal RAW und nicht JPEG. Also Imaging Edge App wandelt die RAWs bei der Übertragung oder vor der Übertragung in JPEGs. Ich habe natürlich auch im Netz recherchiert, woran das liegen könnte, bin aber zu keiner anderen Lösung gekommen, außer dass es im Moment scheinbar nicht möglich ist, per Imaging Edge App RAWs aufs Smartphone, in meinem Fall aufs iPhone, zu übertragen. Wie das jetzt bei anderen Geräten aussieht wie Android, das weiß ich leider nicht. Vielleicht habt ihr da irgendwelche Erfahrungen, dann schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Also wenn ihr trotzdem schnell RAW-Bilder unterwegs auf eurem Smartphone bearbeiten wollt, dann kommt ihr um diesen kleinen Kartenleser nicht drumherum. Der bietet vom Prinzip her drei Anschlussmöglichkeiten. Einmal ganz normaler USB-A, SD-Kartenanschluss und Micro-SD-Kartenanschluss. Und ich spiele jetzt einfach mal beide Varianten durch. Die erste Variante ist vom Prinzip her, ich nehme meine Karte raus, stecke sie jetzt in das Kartenlesergerät, verbinde das Ganze mit meinem iPhone, gehe in die Foto-App rein und jetzt erweitert sich unten rechts das Ganze um das Feld Importieren. So, dann gehe ich zum heutigen Tag. Hier zeigt er mir auch überall schon an, RAWs, super. Und jetzt importiere ich einfach mal ein paar Bilder. Gehe auf Importieren, Auswahl importieren. So, warte jetzt bis das Ganze übertragen ist. Importvorgang abgeschlossen. Ich möchte behalten. Jetzt gehe ich wieder in Lightroom rein. Und sehe auch hier schon, super. Das sind alles RAW-Bild. An der Stelle könnte man natürlich auch sagen, ja, ich bin auch vollkommen mit JPEG-Bildern zufrieden auf meinem Handy zum schnellen Bearbeiten. Aber ich persönlich mag RAW einfach mehr. Ich weiß halt, ich habe den vollen Bearbeitungsspielraum und das kann ich euch auch hier mal an einem Beispiel zeigen. Diese Bilder habe ich mit Absicht unterbelichtet. Und jetzt versuchen wir, die mal wieder zurückzuholen. Das ist das Ergebnis bei einem JPEG. Und jetzt sehen wir das Ergebnis bei einem RAW. Seht ihr? Also, man sieht direkt, man kann halt in einem RAW wesentlich mehr rausholen. Und was mir halt auch immer wichtig ist, dass ich den Weißabgleich noch vollumfänglich bearbeiten kann. Während hier nicht mehr so viel Spielraum einfach da ist. Wir können ja auch mal schnell schauen, was ich vorhin als JPEG übertragen habe und in welcher Auflösung das Ganze praktisch übertragen wurde. Und da sehen wir hier 1080 x 1616 Pixel. Was halt für einen Auftraggeber einfach viel zu wenig ist. So, und bei einem RAW haben wir den vollen Umfang von 5000 x 7900 Pixel. Das wäre jetzt also die eine Variante. Und die andere Variante wäre eben, dass ihr eure Speicherkarte nicht aus der Kamera rausholen müsst. Ich lebe die wieder ein. Und mit einem ganz normalen USB-Kabel das Ganze verbindet. So, und sobald ich das USB-Kabel mit der Kamera und dem Kartenleser verbinde, sehe ich auch schon da, dass er den USB-Massenspeichermodus aktiviert hat. Ich gehe also wieder in meine Fotos rein, gehe wieder auf Importieren und kann jetzt also mir wieder die Bilder aussuchen, die ich importieren möchte. Gehe auf oben rechts Importieren, sage Auswahl importieren und er überträgt alle ausgewählten Fotos auf mein iPhone. Ja, und was ich auch noch sehr gut finde, ist, dass das Ganze auch in die andere Richtung geht. Wenn euer iPhone komplett voll ist, dann könnt ihr ja die Daten, Fotos, Videos auch ganz schnell auf der Speicherkarte, wobei schnell ist, relativ auslagern. Ihr bildet euch einfach die entsprechenden Dateien aus. Ich nehme jetzt mal nicht so viele, weil es dauert doch ein bisschen. Gehe dann auf dieses Teilen-Symbol und sage in Dateien sichern, suche mir die Speicherkarte aus. Okay, er zeigt mir sogar die ganze Verzeichnisstruktur der Karte an. Mir reicht es jetzt hier blank und ich gehe auf Sichern und warte, bis er die Daten übertragen hat. Wenn ihr allerdings große Datenmengen auf der Speicherkarte exportieren wollt, müsst ihr ein bisschen Zeit mitbringen, denn ich habe mal gemessen, für 500 MB braucht der Kartenleser ungefähr 41 Sekunden, denn er schreibt mit ungefähr 12 MB pro Sekunde und liest mit 16 MB pro Sekunde. Trotzdem ist das immer noch schneller, als wenn ich jetzt die Daten erst in die Dropbox hochladen müsste und dann an einem Computer wieder runterladen müsste, damit ich sie bearbeiten kann. So Leute, das soll es dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Den Kartenleser könnt ihr für 16 Euro auf Amazon kaufen. Link dazu packe ich wie immer unten in die Beschreibung mit rein. Ja, ich hoffe, das Video war wieder irgendwo hilfreich für euch. Wenn es gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert auch gerne meinen Kanal. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.